Nun packt Kim Virginia endlich aus und erzählt, was die wahren Gründe für die Trennung von ihrem Verlobten sind. Eigentlich war die Dschungelcamp-Teilnehmerin an der Seite ihres Verlobten endlos glücklich, doch die Zeit hat gezeigt, dass es doch nicht mehr passt. Nun erzählte sie in ihrer Instagram-Story, wie es wirklich ablief und nannte einige Gründe. Zum Beispiel ist sie nach einem Monat kennenlernen direkt zu ihm nach Zypern gezogen und sie lebten zusammen das Traumleben, das sie schon immer haben wollten. Er hatte zwar finanziell ausgesorgt, doch sie wollte irgendwann wieder anfangen zu arbeiten und so gründeten sie eine gemeinsame Firma. Gerade hier hat alles begonnen, Stück für Stück den Bach unterzugehen. Sie hatten kaum noch Zeit für sich und irgendwann hatte sie das Gefühl, sie würde ein gänzlich anderes Leben führen, nur nicht das, welches sie leben wollte. Und so stellte sie fest, dass sie doch ihren Weg weitergehen sollte, allerdings ohne ihren Verlobten, denn es hat einfach nicht mehr gepasst. Inzwischen ist sie natürlich darüber hinweg und vielleicht hat 24Tim nun die große Chance auf eine gemeinsame Beziehung mit ihr. Findet ihr es schade, dass es geendet hat oder seid ihr mit ihrer jetzigen Entwicklung zufrieden?